Oh nein, Jeff kommt. Jeff! Oh nein, 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 oh Gott, zumachen die... Oh nein! Oh! Was? Das gibt's nicht. Ich stecke in der Tür, ich komme hier nicht raus. Hey Leute! Was geht? Danja hier mit... Keine Allöchen! Du sag mal, warum ist das hier schon wieder so grubelig? Weil wir heute bei Jeff sind. Ja, genau. Das ist sowas wie Piggy oder auch Gummy, was wir letztens gespielt haben. Oder auch Flee the Facility ist eigentlich genau das Gleiche. Aber diesmal haben wir es mit Jeff zu tun. Es gibt insgesamt vier Kapitel, glaube ich, schon in diesem Spiel. Wir wollten eigentlich Kapitel 1 spielen, aber... Nee, ich glaube, Kapitel 2 haben die ausgewählt. Okay, alles klar. Da sind wir bei Kapitel 2. Im Endeffekt ist es genau das Gleiche wie bei Piggy auch. Okay, hier unten steht jetzt tatsächlich, was wir brauchen. Und wir sollen das Licht ausmachen. Ja, weil sonst kann er uns sehen. Okay, wir brauchen acht Stück, heißt es. Und dann können wir, glaube ich, rauskommen. Wir sind ein bisschen kleiner hier bei Jeff. Fällt mir gerade auf. Ja, aber das wäre vielleicht auch eine Option für Gummy. Dann wäre es dort ja dann quasi so... Ich mach die Tür vielleicht mal hinter dir zu, weil ich weiß nicht, dass du vielleicht da irgendwie mal unter diese Dinger durchkommst. Ja, ich hab jetzt was gefunden, aber ich weiß nicht, wo... Wo muss ich das denn hinbringen? Weil hier ist auch so ein... Weil hier, das müsst ihr mitnehmen. Ah, ah, hier kommen wir nach oben. Hier kommen wir nach oben. Und wir müssen die hier ablegen, glaube ich. Oh nein, Jeff kommt. Jeff! Jeff, lass mich doch in Ruhe! Also, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn wir das Licht nicht anhaben, dann kann uns Jeff auch nicht so gut sehen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie er was sieht, aber ich bin hier gerade in dem Raum gefangen. Weil er ist ja da dann an der Seite lang und ich hab keine Ahnung, auf der... Oh, oh, er ist oben, er ist oben, er ist oben. Er ist oben? Ja. Ah, okay, hier ist er nicht mehr gut. Eieiei. Ja, wir müssen aber versuchen, zu entkommen. Ach, guck mal, man kann sich hier sogar im Spind einschließen. Das ist ziemlich cool. Um sich da zu verstecken, weißt du? Okay, wir brauchen noch sieben Stück. Ja. Gut, dass du dich auf die Suche auch machst. Ich bin doch direkt hinter dir. Da hinten ist Jeff und... Sieben Stück brauche ich noch davon. Sorry. Ich... Und was machen wir dann damit? Damit wird ein Türmechanismus freigesetzt. Oh Gott, er ist in der Mitte. Wenn er hinter dir ist, dann sag doch bitte wenigstens, wo... Oh, warte, warte, warte. Der ist irgendwie da schnipp. Hat er dich? Nein, aber wo sind denn die ganzen anderen Teile hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht... Weißt du, du sagst ihm immer so Sachen, wie er ist unterwegs und dann... Dann seh ich ihn gar nicht. I'll need a fuse. Für den Terminal. Okay, aber... Ja, das sind ja die Dinger, die wir suchen. Ja, genau, aber... Oh, nee, 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 oh Gott, zumachen. Und dann können wir hier zum Exit. Aber es ist auch nichts hier. Es ist komisch. Ich bin da gerade so ein Spinn. Und Jepp latscht da draußen rum. Hast du ein bisschen Angst? Okay, ich habe was weiteres gefunden. Das Problem ist, ich komme hier nicht raus. Wo bist du denn? Er ist gleich hier bei mir. Er hat mich. Er hat mich. Nicht jetzt? Doch nicht. Wie ist denn die Geschwindigkeit von dem? Er ist ein bisschen langsamer. Also es ist ein bisschen so wie bei Piggy. Ja. Also ich habe ihn auch gesehen, aber halt... Er ist hinter dir? Kann das sein? Nee, doch nicht. Nee, nee. Ich habe jetzt... Okay, wir brauchen nur noch fünf. Ich finde die immer gar nicht. Kann es sein, dass die immer vielleicht spawnen? Also dass man erst immer einen finden muss und dann spawnen die vielleicht? Oh nein! Oh! Was? Das gibt es nicht. Ich stecke in der Tür. Ich komme hier nicht raus. Ja, ja, super! Welche Tür? Jetzt hat er mich! Welche Tür? Achso, jetzt hat er dich. Okay. Ich bin nicht rausgekommen. Kann ich denn wieder rein? Ich kann respawnen. Okay, ich kann respawnen. Ich hatte genügend Geld. Okay, ich bin wieder drin. Oh, ich habe eins gefunden. Ich habe eins gefunden. Fünf Stück. Wo sind die denn alle? Hä? Aber ich verstehe es jetzt nicht. Hier ist doch eins. Warum kann ich das denn jetzt nicht nehmen? Weil ich schon eins in der Hand habe oder was? Ja, genau. Dann musst du das erst abliefern. Aber wo muss ich das denn hinbringen? Das zu diesem Zeichen mit diesem Blitz. Achso. Zu diesem Terminal. Okay. Das musst du mir schon sagen. Ich dachte, ich muss jetzt dann... Ja, dann, dann. Ich habe keine Ahnung. Ich war ja noch nie bei diesem Blitz. Kann ich... Der... Waaaaaah! Entschuldigung. Ist er hier? Kommt er? Ich hänge in der Treppe. Oh Gott, ey. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, ich habe jetzt... Jetzt fehlen nur noch vier, glaube ich. Ja, ja. Macht nur. Jetzt fehlen nur noch vier zum Entkommen. Also das scheint... Kannst du mal hier hochkommen? Die Treppe hochkommen? Hier? Ja. Kann ich das irgendwie in die Hand eigentlich? Nee, kann ich nicht. Nein, du musst... Komm, bring es hin. Komm mit. Weißt du, wo das ist? Nein. Ja, komm mit. Ich zeige es dir. Komm mit. Warte mal. Ich glitsche hier irgendwie an der Treppe immer ein bisschen. Komm mit. So, wir müssen jetzt hier hoch. Also jetzt musst du es rausholen und auf E drücken. Das hier... Okay. Ja, gut. Das hätte ich vorhin schon mal machen können. Sorry. Die, die ja nicht playt immer kommen können. Ich gucke nochmal hier in die Ecke. Da ist noch eins. Also hier ganz oben ist noch eins. Ja, hol dir das mal ab. Ja. Äh, hier steht noch eins irgendwie. Ja, nimm es mit. Nimm es mit. Nein, das habe ich ja. Ich habe ja das. Okay, ich habe noch eins gefunden. Das bringe ich jetzt. Du musst es erst einmal zurückbringen. Du kannst nur immer eins aufnehmen. Wie bei Piggy. Ja, ja. So, dann müssen wir das wieder hier hochbringen. Okay, jetzt fehlen nur noch... Hast du eins in der Hand? Nee, also ja, doch habe ich. Ja, dann bring es mal zurück, weil es fehlt da nur noch eins. Ja, das ist doch mal der Jeff. Ich weiß nicht dahin, wo Jeff ist. Okay. Ja. Okay, eins noch. Okay, ein letztes. Schnell, wir haben gar keine Zeit mehr für den Käse. Oh, stimmt. Ich habe die Zeit voll vergessen. Oh, ich habe noch eins. Kahn, los. Ja, nee, ich kriege das nicht hin. Nicht in fünf Sekunden. Ja, toll. Oh, ich habe das letzte in der Hand, aber ich schaffe es nicht mehr. Ja, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Ach, Mist. Oh, Mann! Was? Doch. Make your way to an Exit Door. Ja, aber jetzt ist die Runde schon vorbei. Okay, wir machen noch eine weitere Runde. Vielleicht kriegen wir diesmal Kapitel 1 hin. Das habe ich auch, glaube ich, verstanden, wie es funktioniert. Entschuldige. Okay, ich würde sagen, wir versuchen die Villa mal. Also Kapitel 1. Oder Nacht 1. Da ist es ja hier. Aber was ich cool finde, in der Beschreibung des Spiels hat er auch geschrieben, dieses Spiel ist inspiriert von Piggy und... Ja, dass er quasi gesagt hat, woher er seine Inspiration hat. Und er auch gesagt hat, spielt dieses Spiel... Oh nein, kein Bot. Ich will... Das ist ein richtiger Spieler. Okay, ich bin auch ein Spieler. Mann, Mann. Okay, ich brauche die Facilität schnell zu bekommen. Wir sind in einem Fall von Problemen. Nein, es kann nicht sein, dass es in einem Container ist zu hoch. Okay, ich dachte, wir sind in einer Villa. Ich dachte, das auch. Okay, warte, vielleicht ist das einfach nur... Vielleicht ist das die Vorgeschichte, glaube ich. Du wolltest gerade sagen, das ist ja Kapitel 1. Wahrscheinlich will er jetzt nach Hause und wird dann zu Hause auch von Jeff verfolgt. In der Villa. Okay. Okay, jetzt gibt es vier... Generatoren. Das habe ich schon mal gesehen. Die Frage ist, wo ist... Ah, Jeff ist hier hinten. Okay, er kommt. Er kommt. Schnell, 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 schnell. Er kommt. Wo soll ich denn hin? Nein, nein, das war jetzt für die anderen. Ich habe den anderen gesagt, sie sollen jetzt in der Wüste kommen. Oh, warte, warte, er ist da, er ist da, er ist da, er ist da, er ist da. Hier ist auch ein Generator, aber ich kann den... Okay, ich bin da wieder im Spindes, wenn ich den verstecke. Ich weiß aber halt leider nicht, ähm, die weiß immer nicht, ob er draußen ist oder nicht. Ich kann hier halt nicht raus, ja. Aber jetzt, ähm, gerade bei mir. Das mit dem Verstecken, das ist ziemlich cool. Also, dass man sich hier im Spind verstecken kann. Nene, oh Gott, Nene, 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 Nene. Oh Gott. He is hunting me down the hill. Ähm. Ja, jetzt hunde er doch doch. Oh Gott. Ey, ich sage dir. Oh ne, jetzt hat er mich in der Falle auch noch. Doch nicht. Okay. Sag ich ihm die Tür vor den Namen? Ich habe einen Generator gefunden. Ja. Das ist doch schön. Aber das dauert, das zu aktivieren. Ich habe kein Problem, er läuft ja mir die ganze Zeit hinterher. Ich habe ja das Problem. Ja, ist doch gut. Du kannst ihn ablenken, solange. Ja, ich bin jetzt wieder im Spinn versteckt. Er kümmert sich um dich. Ich habe mich jetzt im Spinn versteckt. Ich habe da keine Nerven mehr für. Okay. Nummer eins ist aktiviert. Mhm. Jetzt muss ich zu Nummer zwei. Wo war das denn nochmal? Ne, ich bin gerade an einem dran. Ich hoffe nur, dass der hier in der Zwischenzeit nicht... Ja, ne, er ist gerade hinter uns, ja. Gut. Okay, wo ist jetzt... Wir haben noch fünf Minuten, wir müssen jetzt... Ich mache gerade noch einen. Perfekt, perfekt. Dann fehlt uns nur noch einer. Ja. Aber du hast auch keinen Halb aktiviert, oder? Du hast, wenn dann alle... Nein, 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 nein. Das siehst du ja auch, wenn das Licht bei denen an ist, bei den Generatoren. Ja. Aber es kann doch nicht sein, wo ist der Letzte? Oh Gott, Jeff ist wieder da. Wo ist denn der? Nein, er hat mich. Er hat mich. Oh, jetzt macht euer Licht aus, Mädels. Licht aus. Dankeschön. Komm ich nochmal rein, oder habe ich... Okay, ich bin jetzt wieder drin. Mhm. Ja, ich habe auch gar keine Orientierung hier bei diesem Spiel. Warte mal, hier ist ein Keller. Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Ja? Perfekt, perfekt, perfekt. Ich gehe schon mal zum Ausgang. Das Problem ist nur, also... Es geht halt bei dem einen so eine Treppe runter. Ähm... Ja, das habe ich nicht gesehen. Jeff sollte mich jetzt nicht finden. Aber das sieht ganz gut aus. Ja, okay, got it. Okay. Okay, ich mache jetzt den Ausgang fertig. Und da musst du nur noch rauskommen. Ja. Okay, alles klar. Ja. Ich bin draußen. Bin on my way. Okay, schaffst du. Kriegst du hin. Das kriegst du hin. Stell dir mal vor, Jeff kommt jetzt um die Ecke und ich habe drei Generatoren gemacht. Und dann komme ich nicht mehr raus. Das wäre ja wirklich... Ja, geschafft, wir haben es geschafft. War cool. Sehr gut. Yay. Yay, yay, yay. Okay, mal gucken, was mit den anderen ist. Aber vielleicht kriegen wir ja noch, ähm... Vielleicht kriegen wir das zweite Kapitel jetzt gleich noch hin. Okay, wir sind jetzt in der zweiten Nacht. Okay, das ist, äh, Jeff anscheinend. Aber wobei, ne, er sieht nicht so aus wie Jeff. Sympathisch. Okay, ein Agent ist jetzt auch dabei. Ich glaube nicht, dass das Jeff ist. Okay, alles klar. Komm mal, wird Licht aus. Licht aus. Licht aus. Ach ja, hier braucht's. Ich hab... Ich hab schon Nummer eins gefunden. Sehr schön. Jetzt muss ich hier nur nach oben kommen. Sollte aber... Nö, 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 nö. Och nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er ist hinter mir hier. Okay, 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 oh, okay, gut. Ach, es ist schön, dass das ein Bot ist. Das geht blöd. Okay, ich hab jetzt schon den zweiten gefunden. Noch gar keinen gefunden. Wie ist denn mit dir los? Äh, der ist da um die Ecke, würde ich dir mal sagen. Ja, du bringst ihn gerade einfach mit, weil warum auch immer. Ich muss das hier erstmal abliefern, so dann kann ich ja hier wieder runter. Aber es ist ganz entspannt dadurch, dass es so ein Bot ist. Aber ich würd auch echt gerne mal sehen, wie das aus der Perspektive ist. Ja, stimmt. Also aus Jeffs Perspektive zu spielen. Ich komm irgendwie immer nur an die gleichen, ordentlich. Ähm, zwei, also ist dann noch einer, diese, eine glittige Treppe hoch. Also die, wo man so, oder ich zumindest, hänge da ganz oft drin fast. Okay, irgendwas ist gerade passiert, aber ich check's nicht. Was ist denn passiert? Ja, ich hab, ich bin, also... Jeff hat mich nicht erwischt, aber ich dachte, er hätte mich jetzt safe. Mhm. Okay, ich hab noch einen weiteren. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, 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 nee. Warum, oh, Mann, warum komm ich denn da nicht so durch? Ich kann doch, wenn ich mich doppelt gar nicht noch durch diese kleinen Löcher durch. Aber warum funktioniert denn da nicht? Kann ich irgendwie wieder rein? Ja, du kannst respawnen, glaub ich. Okay, der Bot ist echt schlecht. Das sagst du mir, nachdem er mich erwischt hat. Bin, dann ist nett von dir. Aber wir wollen ja jetzt hier Kapitel 1 und 2 oder Nacht 1 und 2 durchspielen. Ja. Okay, jetzt fehlen nur noch drei. Ja, einen hab ich. Okay, dann fehlen uns nur noch zwei. Ich weiß auch, wo. Warst du bei dieser Buggy-Treppe schon oben? Ja, ja, das hab ich schon da geholt. Okay, dann weiß ich leider nicht, wo der Rest ist. Ja, ich glaub, ich weiß nicht. So, ich hab hier nochmal, ich hab hier noch einen. Also, einen hab ich grad in der Hand. Dann fehlt uns nur noch einer. Und ich weiß auch, glaub ich, wo der ist. Wo? Hm, auf der anderen Seite nicht da, wo das Terminal ist. Sondern auf der anderen Seite. Dann muss man da definitiv irgendwo die Treppen hoch. Ich frag mich grad nur, wie ich da die Treppen hoch bekomme. Oh, jetzt bin ich wieder auf der... Oh, hier wollte ich doch gar nicht hin! Ja, das geht mir hier die ganze Zeit so. Also, ich hab so ne schlechte Orientierung hier. Ja, ich bin auch verwirrt. Okay, ich hab den letzten auch gefunden. Ja, ich werd hier gerade verfolgt, aber... Also, du kannst schon mal Richtung Ausgang gucken. Kein Stress! Jetzt bloß kein Stress. Warum denn auch, ne? Warum denn auch? Okay, also wir können jetzt raus gleich. Ich mach jetzt das letzte dran. Okay, alles klar. Wo ist das denn der Ausgang? Ach, hier, okay. Äh, der ist hier in der Nähe. Genau. Oh Gott, ey, sind wir im Ausgang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen ihn erst wo anders... Wir müssen ihn erst wo anders... Wir müssen ihn erst wo anders hinholen. Ja, wir sind verwohlt. Aber der kann ja leider auch Tür aufmachen. Ja, aber erst mal zu machen, dann ist ja... Kannst du ihn von der Tür einfach nur weglocken? Also, er ist nicht hier. Mach einfach auf, ja. Auf, raus. Ja! Auch Nacht Nummer zwei haben wir geschafft, Kapitel Nummer zwei. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, nächstes Mal dann Kapitel drei und vier. Ja? Aber unbedingt. Wenn ihr auch Lust drauf habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare und... Yes! Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nicht andersrum. Ja. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao! Ciao!